Single Ladies Wally Challenge Das kann man selber abfordern Weiß ich nicht Ich hab kein Bock zu klacken Aber Stimmung Ja klar Ich stelle mir nicht mehr, aber Ich hab noch zwei Bock zu klacken Ah fuck Bewohner Bewohner Hört mir zu Genau jetzt Startet eine neue Challenge In der jeder von euch Teilnehmen muss Ja, du begrenzt Scheid Wer sich wieder setzt Wird hart bestraft Die Challenge beginnt Gebt jetzt alle die Lauter klatschen Lauter kann ich nicht Schilder Entschuldig Jetzt haben wir hier Tempo, Tempo, Tempo Jawoll, dann geht's ab hier, dann haben wir Spaß Noch mehr Nebel Zu wenig Nebel Ja, 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 ja Weiter klatschen, weiter klatschen Ein letztes, zwei, drei Mal auf die Kalle Ja, 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 ja Was der Lachtestuyere? Ja. Eeee 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 Eeeee Eeee 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 Wollt ihr das Becherspiel? Natürlich! Ja! Wollt ihr das Becherspiel? Ja! Dann gebt mir jetzt ein Handzeichen und dann kommen die Becher zu euch an Bord. Diese Bitte jetzt mit dem Mund festhalten und ihr habt die Chance auf eine Freifahrt. Am Ende der Fahrt gucken wir, wer von euch das meiste Wasser noch im Becher hat. Und ihr, willkommen, die Freifahrt! So sieht's aus, Freunde. Und alle, die über den Worten an Bord, den Wasserbecher mit dem Mund festhalten. Das heißt, das ist ein Licht, 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 das ist ein Licht. Und alle, die mitmachen, alle Hände weg vom Becher. Wir starten die letzte Runde hier vorne. Wer gewinnt die Freifahrt am Beachjumper? Wer gewinnt die Freifahrt am� verfügbar? Inhaler Oh 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 Ach mein Freund, wie sieht's denn aus hier? Oh, ein Kopf an Kopf rein zwischen Waage Nummer 14 und Waage Nummer 13 Aber die 13 ist halt eben doch keine Pechzahl Waage Nummer 13 gewinnt hier Die Haltchen wieder Wir landen